Mann, ich hab so gern gefeiert. Wieso bist du nicht gestorben? Du Hurensohn! Woher du das halt, Alter? Nein, ich hab gekleckert! Mein Mausbett! Mann, oh! Mann, Digga! Wie er sich freut. Ich hab grad auch so den Gavin getiltet. Es gibt zwei Dinge, die mir ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Ausstream Gaming zu töten. Oder Geld.